Schön, dass du wieder da bist zu deinem täglichen Adventskalender. Heute Tür 5. Na, hast du dich schon darauf gefreut und darauf gewartet? Dir auch. Wir auch. Denn heute geht's richtig rasant zur Sache. Es wird schnell. Und mit schnell meine ich super schnell. So schnell, dass wir in Italien über eine ganz, ganz lange, breite Straße fahren, die dafür bekannt ist, dass es da mal richtig rumst. Und das wird heute wohl passieren, oder? Wir haben das jetzt gesehen. Ich meine, da ging's wirklich, wirklich sehr rasant zur Sache. Und nachdem ich jetzt mit den fleißigen Elfen mir das angesehen habe, sind wir zu dem Punkt gekommen, dass wir da niemanden bestrafen können. Weil wir uns nicht wirklich sicher sind, ob der Fahrer eingeschlafen ist oder was auch immer er da vorhatte. Denn was möchte man demjenigen jetzt vorwerfen? Das Einzige, was man dazu sagen kann, ist, warum bremst man auf einer Geraden und danach fährt man weiter? Also an der Stelle eine kleine Verwarnung vom Weihnachts-Jutke. So läuft das nicht. So läuft das nicht. Wir werden hier keine weiteren Aktionen dazu ausführen. Passen Sie bitte auf beim Autofahren. Sehr wichtig. Danke. Auf Wiedersehen.